Du kennst es vielleicht aus Musikvideos oder aus Kinofilmen, wenn die Lichter in den Bildern so ein bisschen, ja, so ein bisschen cremig rüberkommen, ein bisschen ausblühen, so ein bisschen dreamy rüberkommen. Das Ganze wird im Film ganz oft mit sogenannten Pro Mist Filtern gemacht, mit Filtern, die man vor die Kamera schraubt, die halt die Lichter so ein bisschen zum Glühen bringen, so einen dreamy Effekt erzeugen. Und das Ganze kannst du aber auch aus einem kontrastreichen Bild in Photoshop zaubern. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Hier haben wir ein Bild von der Frau Lotte, was ich unheimlich liebe, was ich hier letztens geschossen habe, mit einfach nur einem LED-Dauerlicht. Und diesen Effekt, den möchte ich auf dieses Bild anwenden. Du siehst schon, wie die hellen Bereiche in ihrem Feld so, ja, so einen dreamy Look bekommen. Also ich bleibe mal bei diesem dreamy Look hängen, aber was soll's, man muss dem Kind ja auch irgendwie einen Namen geben. Und wie du das mit deinen Bildern auch hinbekommst, das zeige ich dir jetzt. Ich blende das Ganze mal aus, beziehungsweise wir löschen diese ganze Gruppe auch mal. Und jetzt habe ich hier das alles schon auf eine Hintergrundebene reduziert. Wenn du jetzt zum Beispiel noch irgendwie hier Kanalmixer drin hast oder eine Gradationskurve und keine Ahnung, was das Bild bearbeitet hast und möchtest jetzt diesen Effekt erzeugen, dann musst du einmal diesen tollen Fingerbrech-Shortcut nutzen, nämlich STRG-SHIFT-ALT-E bzw. COMMAND-SHIFT-ALT-E auf dem Mac und dir quasi alles auf eine Ebene runterziehen. Und ich arbeite ja sehr gerne so, dass ich jederzeit wieder in meine Einstellungen, meine Ebenen rein kann. Deswegen gehe ich dann jetzt in die Ebene rein und sage, bitte mach mir daraus ein Smart-Objekt, damit ich halt diese ganzen Filter, die ich jetzt gleich anwende, viele sind es nicht, es ist relativ simpel, auch weiterhin anwenden kann. Wenn du jetzt aber keine Bearbeitung hast, sondern dein Bild halt auf der Hintergrundebene, nur aus der Hintergrundebene besteht, dann sagst du einfach STRG-J bzw. APFEL-J, duplizierst dir die Ebene, sagst dann in Smart-Objekt konvertieren. Sei dir nur eine Sache bewusst, wenn du hochauflösende Bilder hast und machst dann viel mit neuen Ebenen und die in Smart-Objekt konvertieren, das frisst natürlich viel Speicherplatz. Also es tut nicht zwingend Not, aber in manchen Bereichen halt schon. So, und diese Ebene, das Duplikat unseres Originalbilds quasi, das setzen wir jetzt in den Ebenen-Blendmodus negativ multiplizieren. Und du siehst schon, was macht das Ganze? Das Ganze macht das Bild heller und vor allen Dingen hauptsächlich natürlich, also auch in den dunklen Bereichen, klar, aber hauptsächlich natürlich in den hellen Bereichen, hier im Fell, in den Augen, hier in Reflektionen, im Leder, da sieht man es vor allen Dingen. Und jetzt kommt der nächste Schritt, den kennst Du vielleicht auch schon aus einem anderen Video von mir, vom Orten-Effekt. Jetzt gehen wir nämlich bei und wenden den Filter Weichzeichnungsfilter, Gaussian-Weichzeichner an. So, und der, Du siehst es hier hinten schon, basiert auf Pixeln. Das heißt also, je nachdem, wie hochauflösend Dein Bild ist, musst Du den Schieberegler halt weiter nach rechts oder weiter nach links bewegen. Also mehr Radius, größeren Radius oder einen kleineren Radius. Und natürlich auch je nachdem, wie dreamy, bloomy Du das Ganze haben willst. Also ich denke mal, ich werde jetzt hier so bei 30, 31 Pixeln bleiben. Und Du siehst, ich habe hier eine Pixelbreite von irgendwas um die 3500 Pixel oder 3600 Pixel. Das heißt, Du musst dann bei Dir einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Und das ist dann zum Beispiel auch ein Vorteil von diesem Smart-Objekt, weil wenn ich die Ebene jetzt vorher nicht in ein Smart-Objekt konvertiert hätte, dann wäre der Filter halt drauf und würde hier nicht sein, hier nicht zu sehen sein, hier unten rechts neben der Ebene. Und hier kann ich jetzt halt jederzeit nochmal reinklicken und kann mir den Wert nochmal verändern. Wenn er mir zu gering ist oder zu doll ist, dann kann ich da nochmal beigehen. Das ist halt der Vorteil von diesen Smart-Objekten. So, jetzt haben wir das erledigt. Jetzt könnte man schon sagen, ja, ist halt schon so ein leichter Orten-Effekt. Passt ja schon. Sieht ganz schick aus. Aber jetzt kommt ein Trick. Und zwar nehmen wir jetzt noch eine Gradationskurve dazu. Und diese Gradationskurve, wenn ich jetzt hier irgendwas verändere, dann wirkt die sich halt auf der Alles aus. Also auf diese Ebene und auf unsere Hintergrund-Ebene. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die sich nur auf die Ebene 1, auf unser Duplikat, auf der wir schon den Weichzeichnungsfilter angewendet haben, auswirkt. Deswegen, wir nehmen jetzt nochmal Gradationskurve. Gehe ich jetzt hier unten entweder hier drauf oder ich gehe mit der rechten Maustaste und sage Schnittmaske erstellen oder ich drücke mit der gedrückte Alt-Taste hier dazwischen. Dann kann ich auch eine Schnittmaske erstellen oder die Schnittmaske wieder lösen. Schnittmaske bedeutet nichts anderes, als ich bewirke nur, also meine Änderungen, meine Einstellungen wirken sich nur auf die direkter unterliegende Ebene, Bildebene, Pixelebene aus. Und das ist in dem Fall ganz wichtig. Und jetzt können wir nämlich, hier, schau dir das an. Wir können beeinflussen, wo dieser Effekt liegen soll. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, ist das Beste, du machst dir erstmal hier in den Tiefen, in den Mitten und in den Lichtern jeweils einen Punkt. Und jetzt können wir hier in den Tiefen zum Beispiel diesen Effekt reduzieren, weil ich möchte ja nicht, dass hier hinten die Holzstruktur und die Tür noch rauskommen, sondern ich möchte halt, dass das nur in den hellen Bereichen von Lottes Fell und von Lotte an sich halt sich auswirkt. Und dann kann ich hier noch die hellen Bereiche hochziehen und mir so eine richtig schöne S-Kurve reinzaubern. Und wenn wir jetzt einmal die beiden Ebenen in einen Ordner packen und mal ausblenden und wieder einblenden, dann siehst du schon, wie wir diesen coolen, dreamy Effekt zustande bekommen haben. Und wie ich aus so einem kontrastreichen Bild dann wirklich, ja, was ganz anderes gezaubert habe. Also ich feiere diesen Effekt. Wenn er dir auch gefällt, dann lass gerne einen Daumen oben da und ein Abo vielleicht. Und ansonsten schau dir auch gerne dieses Video an. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. So long. Dein André. Ciao, ciao.